Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wär's doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Nein, 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 nicht schüttwitzen hier. Komm mal, nicht vorwarte das Geld. Du machst es jetzt mal hübsch, mach dich frisch, zieh dich an, komm, zack. Die Schuhe, die hier kann ich unmöglich dazu anziehen. Ist egal. Hier, das für dich. So kann ich nicht rumlaufen, ich seh aus wie er... Du siehst sexy aus, verdammt nochmal. Das weißt du ganz genau, stell ich mal nicht so an. Vielleicht fällts auf. So will ich dich.